Der ehemalige ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner hat eine Unternehmensberatung gegründet. Laut eines Berichts des Wochenmagazins News hat er diese Woche die Mitterlehner Projektentwicklung und Strategieberatung GmbH ins Firmenbuch eingetragen. Dem Ex-Vizekanzler gehören 80% der Firma, seine Frau erhält die restlichen 20%. Vor Mitterlehner haben sich bereits Werner Faymann, Michael Spindleger und Alfred Gusenbauer mit eigenen Unternehmungen selbstständig gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020